Hey Leute, beim heutigen Video werde ich wieder etwas bauen, und zwar einen Stuhl. Einen Stuhl im Wald, ich freue mich. Ich hoffe, ihr kracht nicht zusammen, wir werden es sehen. Ja, ich gebe mein Bestes und schaut euch an! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.